Mein Name ist Carlo Vasescha, ich bin stellvertretender Geschäftsführer der Pura-Zentra AG hier auf der Lenzerheide. Ja, servus, ich bin der Chris und bin der Produktionsleiter in der Moikere Pura Center. Die Pura-Zentra AG wurde 1996 von einheimischen Milchproduzenten gegründet mit dem Ziel, die Milch zu regionalen Produkten zu verarbeiten. Man hat gleichzeitig mit dem Bau einer Molkerei auch ein Lebensmittelgeschäft eröffnet, und zwar zusammen mit der Sparschweiz. Wir stellen hier Käse her, füllen Pastenbrich ab, unter anderem Joghurt, Fixfertig-Fondue, Allbutter. Also wie man sieht, haben wir sehr viele Anlagen, obwohl wir eine kleine Firma sind, aber wir brauchen halt sehr viele technische Prozesse. Und im Bereich der Drucker arbeiten wir seit einigen Jahren mit der Firma Laibinger zusammen. Da haben wir mit einem Drucker gestartet für die Etikettierung, die Datierung der Milchpackungen. Und hat dann auch noch zusätzlich einen Drucker gekauft für die Datierung der Joghurts. Ja, was der große Vorteil ist bei den Laibinger Produkten, wir haben nie Probleme mit der Obstattung. Es funktioniert eigentlich immer sofort. Und es ist wirklich immer die gleiche Druckqualität. Service ist immer zuvorkommen und hilft. Und gerade mit unserem neuen Drucker USB-Stick einstecken, per E-Mail verschicken und man bekommt eine sofortige Auswertung vom Support. Der Kauf ist sehr unkompliziert. Du kannst dir selber aussuchen, was du willst und was für deinen Betrieb passend ist. Und deswegen habe ich mich auf der Laibinger entschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.